Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Destiny 2 Video. Heute dreht sich alles um die Wunschtafel oder auch den Wunschbrunnen. Das ist die Wand im Raid bei der ihr auf bestimmte Symbole schießen könnt, mit denen ihr dann mit bestimmten Kombinationen viele Dinge freischalten könnt. Unter anderem zum Beispiel ein exklusives Emblem oder aber auch sogar Raid Rüstung und Raid Waffen. Und das ganze ohne den Raid überhaupt zu spielen und Solo. Ich würde sagen, lasst uns doch direkt anfangen. Ihr fliegt natürlich erstmal in den Raid und dann folgt ihr einfach dem Weg, den ich onscreen zeige. Und da wären wir auch schon beim Wunschbrunnen. Hier gibt es 15 verschiedene Wünsche, von denen bereits 13 gefunden wurden. Der User Tiredness auf Reddit hat das Ganze in einer Infografik zusammengefasst. Ihr schießt einfach auf die einzelnen Felder, um die Symbole nach und nach freizuschalten. Der erste Wunsch, ein Wunsch einer Sucht nachzugeben, beschert euch einen zusätzlichen ätherischen Schlüssel, mit dem ihr am Ende des Raids nach Riven eine weitere Kiste öffnen könnt. Diesen Schlüssel könnt ihr allerdings nicht einmal pro Woche pro Char freischalten, sondern nur ein einziges Mal für euren gesamten Account. Also nur ein Schlüssel und das war's. Weiter geht's mit dem zweiten Wunsch. Der zweite Wunsch, ein Wunsch nach materieller Bestätigung, spawnt eine Kiste zwischen dem dritten und dem vierten Encounter. Also praktisch zwischen Morgoth und dem Tresor. Wenn ihr bei Riven den glitzernden Schlüssel bekommen habt, dann könnt ihr diese Kiste öffnen. Bei allen, die ich bis jetzt erlebt habe, war in dieser Kiste dann das Raidschiff. Weiter geht's mit dem dritten Wunsch. Der dritte Wunsch beschert euch ein zusätzliches Emblem. Ich habe das Emblem bereits freigeschalten, da habe ich nicht aufgenommen, aber ich zeige euch das in meiner Kollektion. Ihr könnt das finden unter Aktivitäten und dann auf der letzten Seite. Es nennt sich Zahlen der Macht und sieht so aus. Weiter geht's mit Wunsch Nummer 4. Ein Wunsch, athletisch und elegant auszusehen. Dieser Wunsch teleportiert euch, zum zweiten Encounter zu Shurochi. Ich würde sagen, nutzen wir doch gleich mal die Gelegenheit und holen uns die erste Raid-Kiste. Das könnt ihr wunderbar mit jedem eurer Charaktere machen. Bedenkt jedoch, wenn ihr Teleport-Wünsche benutzt, dann habt ihr einen Checkpoint an dieser Stelle und ihr kommt nicht mehr zurück zur Wunschtafel. Außer ihr habt nen netten Freund oder Clan-Kollegen, der noch nen Checkpoint ganz am Anfang des Raids hat und der euch dann kurz reinfliegt. Ansonsten folgt einfach dem Weg, den ich hier gehe, um zur Kiste zu kommen. Wie ihr seht, ihr könnt euch also wunderbar Raid-Ausrüstung und auch Raid-Waffen solo aus dem Raid besorgen, ohne dass ihr den Raid überhaupt spielen müsst. Das heißt, wenn ihr noch zu niedrig seid im Power-Level oder einfach keine Mates habt, dann könnt ihr trotzdem die Waffen und die Rüstungen holen. Und gerade die Rüstungen sind auch super interessant. Warum genau, erkläre ich in einem anderen Video von mir. Ich habe gerade eben ein Video gemacht zu den Rüstungs-Perks und da sind gerade die Träumerei der Morgenröte-Rüstungen, die Rüstungen aus der träumenden Stadt, sowohl als auch die Rüstungen vom Raid, super interessant, denn die beiden Rüstungen haben Perks, die es auf keinem anderen Set gibt. Also klickt doch einfach rechts oben auf die Infokarte und ansonsten verlinke ich euch das Video unten in der Infobox. Ich hatte ja auch noch das Glück und hab den Zitterknochen bekommen und das tatsächlich auch noch mit nem Gourdroll. Wunsch Nummer 5 Ein Wunsch auf eine vielversprechende Zukunft Dieser Wunsch teleportiert euch zu Morgath, also dem dritten Encounter im Raid. Auch hier könnt ihr euch die Kiste im Raid besorgen und das ganze wieder Solo ohne den Raid überhaupt zu spielen. Ich zeig euch jetzt wie es funktioniert mit dem Titan und dem Warlock, mit dem Jäger geht das leider nicht. Fangen wir doch an mit dem Titan. Ich würde euch empfehlen hier die neue super zu benutzen, Katapultschweben rein zu machen. Den unbändigen Löwen braucht ihr unbedingt und irgendein Schwert. Muss nicht das Exotische sein, das ist total egal, aber ihr braucht ein Schwert, denn ihr müsst ein bisschen Schwert surfen. Wenn ihr nicht wisst wie Schwert surfen oder Schwert skaten geht, sucht es auf YouTube. Das ist relativ simpel. Ihr müsst mit dem unbändigen Löwen praktisch einen Doppelsprung starten und dann immer ganz kurz doppelt antippen, um Schweben kurz zu aktivieren und wieder zu deaktivieren. Und dann schlagt ihr mit dem Schwert einfach einen ganz normalen Primärschlag und dann benutzt ihr wieder euren Doppelsprung, schlagt wieder mit dem Schwert, Doppelsprung, schlagt wieder mit dem Schwert und so weiter. Und wie ihr seht, ich kann hier Ewigkeiten das ganze fortsetzen, eigentlich praktisch bis meine Munition ausgeht. Um zur Kiste zu kommen, folgt einfach dem Weg den ich hier gehe. Machen wir das ganze noch für den Warlock, da braucht ihr die Dämmerklinge und zwar den oberen Baum, denn ganz wichtig ist der Icarus Haken. Und dann braucht ihr noch die Brustflügel der heiligen Morgendämmerung, denn der Dämmerfoliant, der intrinsische Perk dieser Rüstung, der erlaubt uns in der Luft zu stehen, wenn wir unsere Waffe zielen und das brauchen wir, um über den Abgrund zu kommen. Einfach hochspringen, Super aktivieren und dann den Icarus Haken benutzen, bis eure Super ausläuft. Danach könnt ihr ihn nochmal benutzen und dann einfach rechtsklick zielen. Das ganze erhält 3 Sekunden, sprich wir müssen zweimal zielen, um den Icarus Haken wieder benutzen zu können. Ihr seht links die Abklingzeit vom Icarus Haken, die beträgt 6 Sekunden, sprich zweimal zielen und wir können ihn wieder benutzen und verlieren praktisch kaum an Höhe, stehen mehr oder weniger in der Luft und können so ganz entspannt über den Abgrund. Und auch hier laufe ich jetzt nochmal zur Kiste, schauen wir mal was drin war. Wie bereits erwähnt, mit dem Hunter funktioniert das leider nicht, der kommt leider nur an eine Kiste. Weiter geht's mit Wunsch Nummer 6, ein Wunsch die Zeit beherrschen zu können. Und damit werden wir einfach zum Tresor teleportiert. Das heißt, wenn ihr alles vorherige überspringen wollt, könnt ihr euch hierhin teleportieren. Und Wunsch Nummer 7, ein Wunsch einem Freund in Not helfen zu können. Der teleportiert uns dann direkt zu Riven. Wunsch Nummer 8, ein Wunsch für immer hier zu bleiben, spielt ein Lied ab, das ich jetzt an dieser Stelle nicht zeigen möchte, denn einige YouTuber haben von Universal bereits einen Copyright Strike bekommen, da sie diesen Wunsch mit Ton abgespielt haben. Deswegen lasse ich das hier mal bleiben, wenn es euch interessiert, macht's einfach selber. Und Wunsch Nummer 9, ein Wunsch für immer hier zu bleiben, aktiviert Failsafe. Sprich Failsafe kommentiert den kompletten Raid und hat eigentlich für alles, was so passiert, einen lustigen Spruch auf Tasche. Kann man mal machen, kann man sich mal anschauen und anhören. Ist ganz witzig, zumindest das erste Mal, braucht man aber letzten Endes natürlich eigentlich auch nicht. Warnung, Warnung, Sensoren zeigen, zeigen, ich habe einen Körper. Hä? Captain, hast du dir einen Körper für mich gewünscht? Einen Körper zu haben, war in den letzten 895 Tagen mein Lebensziel. Warte, ich verarbeite neue Informationen. Captain, ist das dein Körper? Egitt! Und Wunsch Nummer 10 wurde leider noch nicht gefunden. Ich hoffe, das passiert bald und wenn das der Fall ist, werde ich das hier natürlich auf meinem Channel featuren. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so ist sichergestellt, dass ihr es auf gar keinen Fall verpasst, wenn dieser Wunsch gefunden wird. Kommen wir doch zu Wunsch Nummer 11. Erneut ein Wunsch für immer hier zu bleiben. Auch das ist ein Easter Egg. Wer Halo gespielt hat, kennt diesen Effekt noch, nennt sich Grunt Birthday Party. Und zwar könnt ihr damit lustige Soundeffekte erzeugen, wenn ihr Headshots verteilt. Und Konfetti gibt's noch oben drauf. Und damit wären wir bei Wunsch Nummer 12. Ein Wunsch, dich neuen Ideen öffnen zu können. Auch dieser Wunsch ist ein Easter Egg, denn wie ihr seht, bekommt ihr alle hier lustige Kronen oder Köpfe, die sich auch jedes Mal nach einem Respawn verändern. Und damit wären wir bei Wunsch Nummer 13. Ein Wunsch, eine Sucht nachgeben zu können. Dieser Wunsch aktiviert ein Flawless Run, das bedeutet, keiner eurer Party-Member darf bei einem Raid sterben, denn falls das passiert, werdet ihr automatisch komplett in den Orbit zurück teleportiert und müsst von vorne beginnen. Und falls ihr das ganze erfolgreich abschließt, schaltet ihr damit einen Triumph frei, den ihr für eure Raid Plakette benötigt. Und das bringt uns zu Wunsch Nummer 14. Ein Wunsch nach Liebe und Unterstützung. Und zwar lässt dieser Wunsch alle 5 korrumpierten Eier im Raid spawnen. Die Eier, die ihr mit dem Wunschende abschießen könnt. Vier von diesen Eiern könnt ihr auch wunderbar solo holen, indem ihr euch einfach zu den ganzen Encountern portet. Wie genau das funktioniert, habe ich auch wiederum in einem anderen Video gecovert. Auch das verlinke ich euch unten in der Infobox. Schaut doch gerne vorbei, falls ihr die Eier noch abschießen wollt. Und damit kommen wir zu Wunsch Nummer 15 und das ist auch noch ein weiterer, der noch nicht entdeckt wurde. Die allgemeine Meinung ist, dass dieser Wunsch freigeschalten wird, sobald alle anderen 14 Wünsche gefunden wurden. Und das war es eigentlich auch schon. Das sind die 15 Wünsche, die es gibt im Raid. Die einen sind nützlicher, die anderen, sag ich mal, sind ein bisschen weniger nützlich, aber dafür zum Teil ganz lustig und ganz nett. Einmal alle eingeschossen zu haben, lohnt sich definitiv, denn für jeden gibt es einen Triumph. Und hier und da halt eben auch so ein paar nette Sachen wie ein Emblem oder eben Raid Ausrüstung. Das kann man schon definitiv mitnehmen oder gegebenenfalls sogar jede Woche machen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen und konnte euch ein paar nützliche und gute Infos geben. Würde mich freuen, wenn ihr das Video unten bewertet. Und falls es euch gut gefallen hat, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer mitbekommt, wenn ich ein Video hochlade. Und ansonsten würde ich auch erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.